hallo hier ist euer roberbox28 und mein hilfer der macht jetzt mein feld und ich hole jetzt noch den raps rein und ja wir holen den raps und lassen den hilfer arbeiten und kann er wieder raps abpflanzen so wir holen den raps rein da hat er so viel rauch so viel steil bei meiner kabine drin das finde ich überhaupt gar nicht toll muss ich heute abend wieder mit dem steilbesilger dahinter ähm wenn die hilfe zu dumm sind muss sich selbst einschreiben so 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 was macht denn der für scheiße er muss schnell hier selbst mal schnell schauen so 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 und dann beim Landwirtschaftssimulator für die XBOX Ich schaue schneller hier am Arbeiten zu Wieso stoppt der scheiss Pin Äh hallo? Dort unten hat es das auch noch Wieso zieht der auch andere Kohle? Wieso? 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 Es ist Egold. 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 Ja, ja. Mal schauen, ob wir es schaffen, auf dieser Linie von den medreschen Folies fertig zu machen. Aber ich denke, wir schaffen es nicht. Und der Trucker kommt in den Einsatz. Und der Trucker kommt in den Einsatz. Okay. 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 Und der Trucker kommt in den Einsatz. Und der Trucker kommt in den Einsatz. Und der Trucker ist great. Und der Trucker Opera. Ist ja egal, wenn es ein bisschen mehr Raps hat. Man darf nur Stufe 2 fahren. Man darf nur Stufe 3 fahren. Ich glaube, die andere zieht immer die Ampel, wenn er fertig ist. So gehe ich jeden Tag mein Gras abpflanzen. So gehe ich jeden Tag. So gehe ich jeden Tag. Dann laden wir noch das Zeug ab. So gehe ich jeden Tag. 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 So gehe ich jeden Tag.